willkommen zurück meine freunde wir machen jetzt die mission der weg nach hause müssen jetzt das bild vervollständigen und ja wir sind hier im bereich schattenwaldes so haben wir hier ja ja wir schauen uns jetzt mal kurz an das foto es muss ein großer baum zu sehen sein und das ding ist mittig es muss durch von hier gemacht der baum der hier ist das ist ja der mittig im bild ist ja ist der der marker ist der marker den du gemacht hast hier ist mittig und es ist von der seite gemacht und hier drüben ja ich glaube ich habe ich habe es gewonnen die frage ist dann hier ist oder das ist auf jeden fall der baum weil er so blau in der mitte ist das ist das muss hier sein irgendwie hier ist das sind steine davor und stein der eine baum grün es muss das sein dann ist es vielleicht noch von weiter hinten weil hier ist ein stein ja hier ihr sind die das kann nun muss hier sein das müsste es sein oh ja es kam nach hause akunde das gebiet ok meine freunde stand jetzt da abgeschlossen nee da steht akunde das gebiet also von hier wenn ihr seht also von hier aus auf der seite das gebiet ist ein stück vor also hier ist es auf jeden fall ist es der winkel ja dort wo du so stehst ja so auf der seite hier oben ist die kugel hier müssen wir hin ja hier ist ein schützpunkt scheinbar hier können wir rein einsamen hier sind zeichnungen um die kreft seiten nein eher illustrationen wie eine geschichte ich glaube der botaniker hat sie gezeichnet und das gebiet abgeschlossen okay so meine freundinnen weg nach hause haben auch voll drei spendet ich hoffe wir könnten euch helfen und dann sehen wir uns im nächsten video bis dahin